Hey Leute, Willkommen zum nächsten Part von Life is Strange Episode 3. So, wir sind jetzt hier im Büro und gucken uns jetzt mal ein bisschen um hier. Was haben wir hier? Okay. Was haben wir hier? Look at this pile. Sollen wir es auch mal? Tumbleweeds. Sollen wir hier? Weird. This asshole has a spotless record. Und 2016, Prescott setzt mit hervorragenden archidische Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosen Stiftung von Arcadia Bay eingeschlossen das historische Erbe seiner Familie an der Blackville Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackville. Durchschnitt 3,7. Naja, das kann man jetzt nicht so belegen. 2,8. 2,8. Okay. Gut. Gut. Suchen wir hier. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. 4,0. 4,0. Rachel Dawn Alba. Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Amba im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder Lehrerschaft aufgenommen. Die Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackville hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leitungen vorsetzen kann. Zusammenfassung. Rachel Amba ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in allen ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die Blackwell-typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angreifpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells. Dies ist L.T. Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amba von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Acadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe. L.T. Chris Rossi, Polizei von Acadia Bay. Sehr gut. Man, ich schweige das Prinzip nicht, um Chloe zu erheben. Schade, Chloe. Ah, Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, die akademische Leitung. Chloe erledigt seltener Hausaufgaben und ist oft angriffslustig über ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstellung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potential ist, verschwendet sie diese auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schülerpflicht unterliegenden Einrichtung. Aktualisierung, Chloe Price ist nicht länger, eine Schülerin Blackwells. Siehe, Polizeibericht im Anhang. Okay. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say, and nothing here. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Wowzer. This will so not come in handy. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Okay. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescott's dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled. At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. That's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team. The super he bros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello. What have we here? Holy shit. Jackpot. Cha-ching. Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Ah, I don't know. I mean, Chloe is already dispendent and she needs the money. Otherwise, she will probably get out of Frank, which I could imagine. So, I would say, I'll give her the money. Frank knows things about Rachel and he might talk if he's been paid. Right? Frank, you are Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We stock up on Tats, Beer, Weed, Donuts, and books from Powell's, and strip clubs. Kidding. But you never know. Takt will konsequenten haben, ne? Yeah, shit happens, ne? That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You wanna take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway, we're rich, and nobody busted us. So? Splish splash? Splish splash. You're right. We Hela deserve it. Splish splash. Splish splash. Did you actually just say Hela? I think I'm a good, bad influence on you. Splish splash. Blackwell Academy. We'll see you next time to wake up... Wir sind in der Otter's Lair. Großartig, ich will das Wasser heißen. Wir müssen trotzdem spielen es cool, okay? Ich gehe hier zur Schule. Du kannst das Hellhole gewinnen, wenn du dein Rewind-Power findest. Chloe ist so psyched für eine Mädchen-Night-Out, so ich besser fahre ihre Evo-Plan. Okay. Boys or girls? Girls, of course. Girls. Ooh, la, la. Let me check to see if the pool's heated. Okay. Those are some musty-ass old shirts. Yeah. Where does that other sock go? So, we're here now. Brooks. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Hmm. If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. So, we're here. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. The wit, it burns. Was Chloe here? A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Anscheinend. Warum hat sie das nicht einfach gemacht und... Flipper ist in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Wäre besser gewesen, als wenn sie sich runtergestützt hätte. Smells like the most cozy comfy towels in towel history. Want. Is there somewhere else? Irgendwo noch? Irgendwo noch? Irgendwo noch? Da geht's zurück. Er muss noch anders. Bis mit zusammen. Danke. Das ist nicht ein wunderschönes Riech für die Zeit. Oder irgendwas. Eww, pink goo. Ich sehe, warum jeder seine eigene Soap bringt. Hallo, gaule. Oh Gott, hier wären wir. Jetzt können wir nochmal hier in den Umkleiden. Toiletten. Ja, ja. Wir wollen uns hier noch ein bisschen um. Da sind wir rausgekommen, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Orders. Die Otter, die Otter, Otter, Otter. Sieht ja schön aus. Süß. Win, 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 win. Wir waren doch irgendwas eben, oder? Naja, anscheinend nicht. Okay, hier können wir nicht weiter. Oh, sie ist schon drin. Ist die Männer im Kleider? Okay. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Welcome to 1950. I bet you do. Okay. So, da waren wir auch schon Dann gehen wir jetzt mal In die umkleidenden Jungs Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch Aber ich denke immer noch an dich Kuss, Logan Okay Eine E-Zigarette Wem ist das? Cute, irgendwie cute This must be for training kids No way am I touching Zack's jersey Nathan's spent It's okay for Nathan to be hooked on these drugs Right? Ja, Zepan Dann geben wir ihn mal wieder raus Oh Nehmen wir auch noch was? Okay Just when I thought it was safe to go back in the water Aufblasbarer Hai Anastasia? Looks like I'm the Vortex Club bouncer Decisions, decisions Oh yeah, baby He feels like a hot tub And with my cash dash I'm queen of the world Bow Tell me you're not gonna stand there Watching me like a zombie Don't you dare? Come stop me, hippie Okay, you asked for it Cowabunga Why look, an otter in my water Dun 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 You are so obvious And I still get freaked out by that movie So stop I can't even watch any of those shark shows I'll just rewind and harpoon you Otter's revenge Cheater Yeah, you wouldn't know about that I wish Rachel was here She would totally love being in here at night Wish you guys had met each other We will With all this stuff going on I'm starting to think everything is related And I want to find out why for Kate's sake She didn't deserve to die Your power is changing everything, Max Especially you I can already tell You're not so chicken shit anymore Thanks, girlfriend You know what I mean You're becoming like This force of nature More like luck of nature Come on, my power failed trying to rescue Kate Maybe I'm just stumbling back and forth in time For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max Thank God But what if I had? What if you and Kate would both be dead? So it's time to start moving forward in time And we're obviously connected Since without me you would have never discovered your power, right? Absolutely You make me feel like I know what I'm doing And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay I hope so Stop being so goddamn humble You're like the smartest, most talented person I've ever known More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you Like Warren Warren is... nice Nice Nice? Ouch That means friendzone No, he's really cool It was so sweet when he stood up to Nathan But I haven't told him about my rewind power No worries Once you get over yourself, you're gonna make the world bow As long as you're there with me Don't look so sad I'm never leaving you Now I'm getting cold in here Because we're yapping instead of attacking each other Otter vs. Shark style Well, I think I've had my pool experience for the year Let's check Let's call it a draw I'm gonna freeze my ass off when I get out Gross I feel like we just went swimming in Chlorine Bay You look cute with your hair soaked in chemicals Thanks You would know Hide Okay Okay We have to go now Yeah, there's nothing to be Are you shedding me? Dude, hide Like when we were kids I could use my power Or just look for a hiding spot Or both Where are they? Hello? Hello? Anybody there? Better not try any Halloween pranks after today I'm serious I heard something over here Who's here? I got a flashlight and a stick Don't you entdecken? Oh, wrong We're so invisible Das ist alles klar. Wir gehen jetzt! Begült! Sie kommen! Wir müssen noch einen Weg finden! Das ist verdammt! Du kannst nicht zurückkommen, du bist Blackwell-Fugitive. Meine Wohnung in die Nacht. Willst du, wo der Blackwell-Fugitive-Officer wohnt, damit ich sicher bin? Okay. In das Auto! Komm her! Later, fuckers! Max, du rock! Wir sind so fucking awesome! Ja, wir sind so. O-R! Okay, Leute, ich würde sagen, machen wir jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein! Ciao! Ciao! Man trollk ... 98 ... ... Cho 심ern Untertitelung des ZDF, 2020